Liebe Leute, ich darf jetzt wieder für die österreichische Seite sprechen. Wir haben jetzt doch einige Redner gehabt, ein bisschen Probleme mit der Technik und irgendwann ist es vorbei und ich darf jetzt ganz offiziell, der Merlin ist schon bei euch in der Menge unterwegs, diese Veranstaltung beenden, diese Demo beenden. Ich danke euch fürs Kommen. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen behalten können, ich hoffe, wir haben alles einhalten können. Vielen Dank für die Polizei, die uns so brav unterstützt hat, die wirklich ihr Zeichen gesetzt hat. Ich bin unwahrscheinlich stolz, Österreicher zu sein, weil es hat so ein friedliches Land und trotzdem wollt ihr, dass ihr seid zureichlich gekommen seid und dafür bin ich dankbar. Ohne euch werden wir gar nichts. Auch das Orga-Team wird sich von euch verabschieden. Wie gesagt, wir sind bei euch schon unterwegs, wir haben jetzt persönlich Kontakt aufgenommen. Ich wünsche euch alles Gute. Darf noch einmal, wir klingen jetzt noch einmal mit einem Lied aus, aber wie gesagt, ich werde nicht mehr ans Mikrofon geben. Wir übergeben auch an Deutschland auch wirklich Danke für Deutschland, für den Max, dass das so super funktioniert hat. War mal ein Experiment, ich glaube, das hat es einmal gebraucht und ja, alles Gute. Ich übergebe jetzt an den Max und wie gesagt, irgendjemand wird noch ein Lied spielen. Vielen Dank fürs Kommen! Fiat euch! Natürlich auch von meiner Seite her ein herzliches Dankeschön an euch, dass ihr so zeierreich erschienen seid. Ich möchte mich auch gerne bei der österreichischen Polizei bedanken, dass sie diese Veranstaltung so in diesem Rahmen geduldet hat und eigentlich für unsere Sicherheit gesorgt hat. Dankeschön auf jeden Fall für jeden Einzelnen. Wir wissen, dass euer Job momentan nicht der leichteste ist. Das wissen wir. Aber leider die Chefität, sagen wir so, sagt, dass das so sein muss. Also in diesem Sinne, Dankeschön für euer Kommen und wir werden jetzt da auf der deutschen Seite weitermachen. Dankeschön Österreich! Danke! 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 So liebe Freunde von KryptoTV, jetzt glaube ich, ist mal der erste Akt vorbei. Ich höre so Munkeln, dass da noch was geplant ist, so hinter uns, vielleicht auch vor uns in Deutschland. Ich möchte dazu jetzt nichts sagen, falls es jetzt stimmt, habe ich wieder am Blödsinn geredet. Das werden wir nachträglich noch erfahren, aber summa summarum ist jetzt hier an der Grenze zu Freilassing, zu Salzburg, der Akt voll Führt. Er war sehr, sehr erfolgreich. In Österreich, ihr seht es auch noch immer genügend Menschen da, in Österreich, in diesen Seiten einmal mindestens 1000, wenn nicht sogar 1500 Leute. Ich vermute mal in Freilassing drüben genauso viel. Die Bilder werden sicher interessant werden, von der drüben Seite noch. Somit verabschiede ich mich jetzt. Danke, dass ihr alle mit eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao und Baba! Ciao und Baba! Ich bin von Austria, ich bin von Austria, ich bin von Austria. Ich bin von Austria, ich bin von Austria. Ich bin von Austria, ich bin von Austria.